Shrikhandasana ist die Stellung des Sandelholzes. Shrikhandasana ist eine Stellung, die in traditionellen Schriften beschrieben wird, zitiert von der Enzyklopädie of Traditional Asanas von Garota. Aber die Beschreibung ist nicht sehr vollständig. Dort wird gesagt, nimm Virabanda ein und dann hebe die Füße hoch bis zu den Hüften, gibt dabei beide Arme durch die Beine und Waden. Mehrere Stellungen könnten als Virabandasana, also als Shrikhandasana angesehen werden. Es könnte Kukutasana sein oder Garbapindasana. Raffaella zeigt beides. Ausgangsposition Lotus, von hier Winde die Unterarme zwischen Unterschenkel und Oberschenkel. Und dann gib die Hände auf den Boden und hebe das Becken hoch. Das könnte durchaus eine Baumstellung sein und damit auch der Sandelholzbaum, Shrikhandasana. Zweite Möglichkeit wäre, Shrikhandasana ist das gleiche wie Garbapindasana. Aus dem Lotus-Sitz hebst du die Knie hoch, du wendest die Arme zwischen Unterschenkel und Oberschenkel und du gibst dann die Hände unter das Kinn. Wenn dir das gefallen hat, dann klicke schon mal auf Gefällt mir oder Daumen hoch.